Schönen guten Nachmittag. Jetzt wird es wieder ernst. Wir haben das erste Spiel der Rückrunde in der Bayern Liga Süd U15 C-Jugend. Wir sind hier im sonnigen Burghausen. Es ist 7. März um nachmittags 15 Uhr und spielt SV Wackerburghausen C-1 2000er Jahrgang gegen FC Stetzling vor Ort vor Augsburg. Burghausen in glattweiß und die Stetzlinger in den g'scheckerten Weiß. Schwarz. Super. Kann man überhaupt nichts unterscheiden. Zuerst hat man schwarze Hosen in schwarzes Stutzen an. Vom Spiel müssen wir nochmal unten Weiß anziehen. Das lässt uns jetzt noch viel weniger unterscheiden von den anderen mit ihrer Fleckerlteignung. Tor bei Burghausen mit der Sonnengras. Komm Junis. Machs. Hopp. Komm Junis. Machs. Hopp. Komm Junis. Machs. Hopp. Komm Junis. Machs. Hopp. Hopp. Komm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kommt weiter! ZDF, 2020 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 ZDF, 2020